Wir begrüßen auf das Allerherstigste Landeshauptmann Dr. J. Frey, Landtagspräsident Hans Pels, Landeshauptmanns-Stellvertreter Magister Rolf von Sommutzka, sowie Landesrat Dr. Stefan Gernkopf, die folgen von weiteren zahlreichen Lehrgästen, sowie den Königinnen und Prinzessinnen, die das Bundesland Niederösterreich repräsentieren. Wir begrüßen weiter die Beeindruckte amerikanischen Musikanten und die Stammtautzer. sehr verehrten Sie die Gäste ... ... ... Applaus Applaus Herzlich Willkommen in Niederösterreich! Applaus Applaus Applaus